Niki McCourse and the Flying Dutchman oder sowas. Er covert alles. Von Helene Fischer über die Medega Herzen bis hin zu Zrea. Raining Blood of the Dudelsack ist großartig. So, wir legen jetzt erstmal raus an Rene. Danke, dass wir hier spielen durften. Schöner Geburtstag, muss ich sagen. Wenn ich mal 40 Jahre alt werden sollte, will ich das, glaube ich, auch machen. Gut, ich werde euch nicht einladen. Ich werde das so nicht alleine machen. Ich werde du die Wände einladen und keine Freunde. Ich hab ja sowieso keine Freunde. Sonntag, Mittag, werd ich krank und frag mich, was das wär? Meine Frau macht einen riesen Kampf und frag mich, was das wär? Sie schweigt, sie brüllt, sie braucht nicht an und fragt, dass ich nichts aus der Frau bin kann. Für sie wär ich nur ein halber Mann und sie machen mich vor, das wär's. Hey! Hey! Bitteichsam Du musst du erinnern, was gestern doch war, du seasonnd du verdلىst, sie riefst dir nichts mehr drauf. Der Schädel, der dröhnt, der Magenhumor Und außer uns geht's mir so lange ab Hey! Der Schädel, der dröhnt, der dröhnt, der dröhnt Nicht, was das wär Auch richtig, als hätt' ich geballt im Bier Und fragt, nicht, was das wär Das ist nur kletternd Abend passiert Dass deine Frau mich ausreffiert Und mein Schädel explodiert Nicht, was das hier nicht wär Hey! Der Schädel, der dröhnt, der dröhnt Und letztlich fällts mir wieder Als ich grad mein Magen entleert Wir haben gefeiert, getrunken, gelacht Und das war's auch hier Hey! 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 Schmerz und höchmerz und ähneln sich wer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020